Hallo aus Ikebukuro. Wir sind heute hier, um in ein Spy Family Themencafé zu gehen. Und zwar machen wir das Ganze in der Kette Sweets Paradise. Diese Kette hat öfters mal Kollaborationen, die temporär sind und immer wieder unterschiedliche Charaktere aus Spielen oder Anime beinhalten. Es gab zum Beispiel auch schon mal eine Kollaboration mit Gätschen Impact oder auch mit Tokyo Revengers und aktuell eben Spy Family. Und da mussten wir natürlich direkt hingehen. Wir waren den Tag schon einmal hier und haben uns das Ganze angeguckt. Da hatten wir keine Reservierung. Aber ich glaube, ohne Reservierung kann man nicht die Themencafésachen bestellen. Deswegen habe ich mir die Sweets Paradise App runtergeladen, dort einen Account erstellt und eine Reservierung gemacht. Das war an sich super einfach. Selbst wenn man kein Japanisch spricht, sollte man das ganz gut hinbekommen, weil die App relativ viele englische Begriffe benutzt und sehr viele Bilder hat, wodurch man alles ganz gut versteht. Das heißt also, selbst wenn ihr nur für den Urlaub hier seid, könnt ihr also in so einen Themencafé gehen bei Sweets Paradise. Und wir gehen da jetzt hoch. Am Eingang müsst ihr erstmal auf einen Zettel eintragen, was ihr bestellen möchtet. Und dann stellt ihr euch in die Schlange für Reservierung an. Danach müsst ihr am Automaten bezahlen. Dabei ist es bei Sweets Paradise so, dass ihr neben dem Kollaboration-Essen auch das reguläre Buffet mitbezahlen müsst. Von dem dürft ihr euch dann natürlich auch bedienen. Das sollte man preislich nur im Hinterkopf behalten. Das Buffet kostet knapp 1500 Yen, ein Kollaboration-Essen 700 Yen und ein Trinken 500 Yen. Das heißt, man landet pro Person dann schon mal schnell bei 2700 Yen. Wir haben vier Coaster und zwei Platz-Speets. Der zweite ist Becky. Und dann einmal das, wo alle drauf sind. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir haben nichts doppelt. Wir haben nur die beiden von denen, das Kleinen. Und das. Das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt die Frage der Fragen, was haben wir bestellt. Wir haben einmal das Lloyd Omuraisu bestellt. Wir fragen uns noch, ob da wirklich Reis drin ist, weil das ziemlich flach aussieht. Ansonsten haben wir einmal ein Soda, Damian-Soda, ich weiß gar nicht mehr, was war es. Damian-Soda, auf jeden Fall schmilzt dann Anja. Ja, Anja schmilzt schon. Das ist der Anja Starlight Drink. Und dann habe ich noch die Anja Pancake, wo hier so Gesichter drauf geprintet sind, auch so Esspapier. Es ist tatsächlich nur Omelette und kein Omuraisu. Aber wie schmeckt das, Max? Schmeckt gut. Bei Damians Getränk gibt es so Zeugs dazu, was glaube ich im Mund knistert. Das werden wir nachher noch herausfinden. Und bei Anjan sind hier unten Jelly-Sterne drin. Ah, aber es sprudelt da drin schon. Ist die Frage, ob das sinnvoll war. Aber guck mal, hörst du das? Also auf dem Video hört man es wahrscheinlich nicht, aber der Drink knistert auch. Wenn mein Mund hört, ist sehr doll. Das ist dann die, glaube ich, Erdbeersoda mit Erdbeereis. Ich meine, mit Erdbeeren kann man nicht viel falsch machen. Hier ist, glaube ich, Erdnussbutter und da sind auch ein paar Erdnüsse dazu. Und hier ist wahrscheinlich noch irgendwie Honig oder wahrscheinlich eher Ahornsirup oder sowas. Das Traurige an so einem Themencafé ist halt, man muss die Karaklera auch essen. Weiß ich jetzt seinen Kopf ab oder seine Beine? Das darfst du entscheiden. Ich habe mich noch nicht getraut, einen Pancake mit Anjas Gesicht drauf zu essen. Aber dieser Blick, das ist einfach das Neem, das Neem von 2020. Es ist so gut. Jetzt erstmal so eine Erdbeere hier. Da ist Anja, sie wird jetzt gegessen. Schmeckt sie denn auch so süß? Das ist halt sehr geschmacksloses Esspapier. Ich werde jetzt leider... Nein, nein, boah, 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 boah. Das ist halt so komisches Papier, das sieht sich so ganz komisch. Man kann das nicht so richtig durchdrehen. Das sieht gerade sehr wunder aus. Boah, sie wurde auseinander gegessen. Und eingedippt. Deswegen heißt es übrigens Sweets Paradise. Ich glaube, ich habe mir das Dessert meines Lebens gemacht. Da sind einfach Mochi drin, also normale Mochi und diese grünen Mochi und Warabi Mochi. Warabi Mochi? Die weißen, durchsichtigen. Dann ist da Mango mit drin, Matcha-Eis und schwarzes Sesam-Eis und unbraves Kinako. Könnte es irgendwie besser werden? Das ist das Dessert meines Lebens. Alle Charaktere haben für die Kollaboration übrigens ein Design mit diesen braunen Schürzen bekommen, weil das eben die Schürzen sind, die auch die Mitarbeiter hier bei Sweets Paradise anhaben. Wir haben jetzt auch noch mal kurz geguckt bei den Merch-Sachen, die man kaufen kann. Und abseits davon, dass ich eh nicht so der krasse Merch-Käufer bin, war jetzt auch nichts dabei, wo ich gesagt habe, das würde irgendwie Sinn machen und deswegen haben wir da jetzt auch nichts mitgenommen. Ich fand übrigens, dass sie sehr gut ausgewählt haben, welcher Charakter welches Essen bekommt. Also das heißt, welche Geschmacksrichtung und auch wie das Essen angerichtet war. Das fand ich, hat für mich sehr gut zusammengepasst. Preislich fand ich das Ganze in Ordnung. Also wenn man mit einplant, dass man sich hinterher am Buffet den Bauch vorschlägt, dann ist das okay. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen happig, aber wir sind extra hingegangen, um uns halt auch den Bauch vollzuschlagen und dort ganz normal auf Mittag zu essen. Und das heißt, wir sind jetzt satt rausgegangen und das Ganze war preislich in Ordnung. Von der Atmosphäre her hat es mir wirklich ganz gut gefallen. Vor allen Dingen auch, weil eben alle, die dort sind für die Kollaboration, es gefühlt genauso gefühlt haben wie wir. Also alle haben irgendwie so geguckt. Rachel Freebies habe ich bekommen und alle haben Bilder von den ganzen Dekorationen gemacht und sich gefreut und ja, das war eigentlich schon ganz cool. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblingscharakter ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.